hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder euer bunte steine fan und ich habe euch heute diesen wunderschönen bricke hat mitgebracht die nummer 40354 der dragon dance guy aus der bricke serie nummer 80 ist dies wir haben hier 170 teile zum preis von 9 euro 99 und eines ist wie wir sehen immer noch ein teil der chinesisch neujahr serie sozusagen das was man hier in europa kriegen konnte war dieses set unter anderem eigentlich fast das einzige set was man kriegen konnte das andere war ja exklusiv nur in asien erhältlich und wie schon auf der rückseite sehen haben wir hier die anderen serien mit dem papi zum meintienstag jetzt das hühnchen das kleine schick wie es da drauf steht und die nächsten zwei serien der geist ist sehr interessant den werde ich mir wahrscheinlich auch noch mal holen und den werde ich euch dann zeigen aber jetzt nicht lange mehr geredet jetzt machen wir das set mal auf und wir gucken mal was uns da erwartet so ein qr-code noch ein qr-code da haben wir schon mal jede menge tütchen das ist leer das stellen wir hier hin da haben wir eine tüte zweite tüte dritte tüte und natürlich die beschreibung welche ich schaue mal nach 44 seiten hat und hier schon die werbung für valentinstag was ja schon durch ist so ich baue das jetzt schnell auf und dann bin ich mit dem review wieder da also bis dann und da ist er fertig der dragondance guy und er sieht mal richtig genial aus das ist also von dem pickett das wirklich richtig gut gelungen gefällt mir wirklich super hat beim bauen auch sehr viel spaß gemacht und es ist einfach genial hoch jetzt ist mit der laterne abgegangen und mal gucken insgesamt haben wir hier eine länge von zwölf zentimetern eine höhe von zehn zentimetern und halt die standard breite von fünf zentimetern welche beim break hat normales dank der unteren platte ja da schauen wir uns jetzt mal genau an allein schon die ganze verzierung die hier sind die sehen wirklich sehr gut und gelungen aus außerdem trägt er einen hut schön mit zehn gemacht hier welche an einen drachen erinnern das ist sehr schön umgesetzt worden der drache hier man kann es wirklich gut erkennen also gefällt mir sehr gut von der seite her der teil des kostüms ist richtig toll von hinten her sieht auch richtig schön aus der drachenschwanz hier zusammengebaut aus den paar teilen einfach genial gefällt mir wirklich 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 gut also ein sehr sehr schönes set und die laternen die sind natürlich der hammer ich mag ja eh so dieses asiatisch angehauchte und das die 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 laternen sind halt die machen das doch richtig unten die ganze sache ab sagen muss man so also ich finde das set wirklich sehr genial kommen wie gesagt wir können den auch hier abnehmen wie immer auf der standfläche dass wir ihn so hinstellen ganz normal also auch sehr schön gelungen das kann man dazu sagen ein durchaus gelungenes set ich bin hin und weg es gefällt mir wirklich gut allgemein die briquettes reihe gefällt mir sehr gut obwohl ich am anfang eher skeptisch war aber wie gesagt das ist einfach wenn ihr das set seht und es euch gefällt holt es euch noch soweit ich gesehen habe gibt es bei lego das set noch zu kaufen ihr macht nichts falsch und 177 und 170 teile für 10 euro das ist einfach ein guter preis allein schon wegen den teilen die ihr habt hier diese goldenen pflanzen die pflanzen die es eigentlich nur im grün gibt gibt es hier im golden es ist wirklich sehr detailliert und sehr liebevoll gemacht und einfach ja ich bin hin und weg von dem set also ich bereue es nicht es mir gekauft zu haben ich hoffe euch hat dieses kleine video gefallen dass gern ein like da ein abo würde mich sehr freuen oder kommentiert das video ob euch dieses set auch gefällt es würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder also macht's gut und hat noch einen schönen tag ciao ciao